Norddeutscher Rundfunk 2021 Tatütata, die Feuerwehr ist da. In diesem Fall mal mit absoluten Superhelden. Superman, Batman, einem Einhorn und klar dem Nikolaus. Die alle müssen natürlich nicht von unten raufklettern, sondern kommen einfach von oben aus dem Himmel quasi. Wozu? Nur um den kleinen Patienten vom Kinder- und Jugendhospiz Nesthäkchen in Hünstetten eine Freude zu machen. Völlig ungewöhnlich war, dass die Kinder am Fenster standen oder saßen, je nach Beeinträchtigungen. Und dann der Nikolaus, Superman, Batman auf einmal vom Fenster schwebten an einem Seil und uns Geschenke mitgebracht haben. Das war eine Riesenüberraschung für die Kinder. Die Kinder können das nicht adäquat verbal äußern, an Mimik, Gestik und an Lautäußerungen dieser Kinder auch gemerkt, wie begeistert sie waren. Doch von Anfang an. Höhenretter der Freiwilligen und Berufsfeuerwehren haben die bundesweite Aktion selber initiiert. Sie wollten kleinen, schwerstkranken Patienten eine Überraschung bereiten. Die Kinder durften auch die Vorbereitungen mit ansehen. Ein tolles Erlebnis. Das war im Vorfeld schon sehr aufregend, als die ganzen Aufbauten stattfanden für den Nikolaus, der sich irgendwann abseilt. Die Feuerwehr hatte draußen eine große Hebebühne. Es wurde geseilt, viele Leute waren da. Das fanden die Kinder ganz toll. Und dann geht es los. Superman, Batman und diverse Nikoläuse kommen vom Himmel hoch geschwebt und haben auch noch Geschenke dabei. Jedes Kind darf sich über eine wunderbare Überraschung freuen. Ein denkwürdiger Nikolaustag für alle Beteiligten.